Oh Gott, lass mal gucken, was da auf der anderen Seite ist. AAAAAH! Mann! Lass mal gucken, was da auf der anderen Seite ist! Mein Herz! Oh Mann! Mein Herz! Es schreit mich an! Warum sind diese Kasschen hier eigentlich so fucking... Ich hab mich angeschrien! Fucking hässlich und gruselig! Hässliches Vieh? Ich will nicht! Ja, auf! Hör doch auf! Warte mal nicht zu! Warte mal nicht zu! Hallo? Der Typ lebt noch. AAAAAH! AAAAAH! Was da? Lass mich raus! Lass mich raus! Hilfe! Was hast du denn? Alter, ich weiß nicht, ich war da drin! Dienstag! Wäääh! Was ist das denn? Warum ist denn das Ding auf einmal da? Ich hab noch so ne Covid oder andere Person. Neun... Wollten wir nicht! Mach mal die Kissen! Wäääh! Mann! Du lässt dich 1.000 aus! Digga, was ist das? Ungefähr, warum hast du das? Und ich hab nur so nen Billig-Scheiß? Vielleicht muss ich ja noch weiter gehen! Das bin ich wieder am Anfang! Ich hab nen Key! AAAAAH! MAN! Kann sein, dass wir im selben liberiert sind... Weiß ich nicht! Oh! Ich... Nein! AAAAAH! Hast du irgendwas getriggert? Ich hab gar nichts getriggert! Ah! Mann! Ihh! 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 Nein! Ich hab meine Lampe verloren! Nein! Ich bin tot! Oder... Ich weiß nicht! Dieses Vieh verfolgt mich! Ich hab meine Lampe verloren! Ich seh nichts! Ben! Ich seh nichts! Ich hab meine Lampe verloren und das Vieh verfolgt mich! Ich seh nichts! Ben! Wenn du jetzt in mich rein bist... Es kommt näher, Ben! Ihh! 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 Ich seh nichts! Wo muss ich lang? Siehst du irgendwo ein Licht? Nein! Das Ding ist hinter mir! Ihh! 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 Alter in den Maul! Irgendwann atmet! Ich seh nichts und irgendwas atmet! Richtig gruselig! Nein! Ah ich hab ne... Hier ist ne Tür! Ich bin doch durch! Entschuldigung! Alles gut! Ey... Ich bin Hatzinami! Wow! Ah, hier waren wir ja schonmal. Ah, hier drin war's. Ah, Mann! Gesprungen ist er. Kiekert. Jetzt noch tiefer. Kiekert. Ich will mal links. Hier ist hell. Rechts ist auch ganz gut. Aber links ist besser. Hä, wenn's hier schon so scheiße ist, was soll denn bitte rechts? Also Rechtswankert. Da geht's noch viel weiter runter. Ah, cool! Andere Seite. Also ich bin ja Rechtshänder. Ah! Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Schlängelchen? Ah, Mann! Ah, wieso ich immer, Mann! Ich weiß. Wo bist du? Ich bin bei dem Strahler, wo du gesagt hast, dass wir da runter gehen. Hier ist ein Strahler. Der ist jetzt aus. Der Strahler ist aus. Doch, doch nicht richtig. War doch nicht richtig. Oh, hm. Ah. Wo bin ich? Ich... Ich hab... Ah! Ah! Das Ding ist hinter mir, Mann! Mann! Das Ding ist hinter mir! Ja, da kann ich nichts machen. Ich sitz jetzt hier in meiner Ecke. Mann! Ich schlotte das erst zu, du Wixer! Ich mach den Schucking, äh... Ne? Ah! Da bist du ja. Ah! 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 Digga! Ich lauf zu dir, weil ich denk, da wär ich sicher. Guck nach links und zack, dieses Vieh erschreckt mich. Und du... Und du hast mal wieder nichts. Und du chillst einfach. Ich rauch jetzt eine. Na Messer! Ich baue. ol.